Ganz recht herzlich willkommen zu diesem Video, mein Name ist Niklas Spielmeier, ich bin 23 Jahre alt und habe es in den letzten 4 Jahren geschafft, mir ein größeres Vermögen und ein größeres Einkommen aufzubauen, als viele sogar sehr smarte Investoren das in 20, 30, 40 Jahren mit Aktien und Immobilien geschafft haben. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie genau ich das Ganze gemacht habe. Erstmal ganz kurz vorneweg, eine Sache, die ganz wichtig ist zu diesem Video, funktionieren Aktien, sind das sinnvolle Investments und sind Immobilien sinnvolle Investments, beziehungsweise kann man damit sehr viel Geld verdienen, gar keine Frage, gar keine Frage. Aber wenn du dir als Ziel gesetzt hast, wirklich Vermögen zu werden und ein wirklich hohes Einkommen zu generieren, jetzt aber aktuell keine große Summe Geld zur Verfügung hast, das heißt noch nicht mehrere Millionen gerade auf dem Konto hast, dann wirst du 30, 40 Jahre, vielleicht sogar länger brauchen, um wirklich viel zu verdienen, was du auch für dich selbst nutzen kannst. Also Geld, was jetzt nicht nur irgendwo in der Immobilie dann selbst zum Beispiel drinsteckt oder in den Aktien selbst drinsteckt, sondern was du wirklich ausgeben kannst, um deinen Lebensstandard zu erhöhen. Und ich sage mal so, wenn du jetzt aktuell eine kleinere Summe zur Verfügung hast, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, dann gibt es einen sehr viel schnelleren Weg, Vermögen zu werden, als mit Aktien oder Immobilien. Ich sage mal, es gibt so eine Art Learning-Treppe, die wir so in Deutschland durchlaufen, was das Thema Geld und Investments betrifft. Und wir alle kennen diese Leute, die machen gar nichts. Das heißt, deren finanzieller Plan besteht daraus einfach irgendwie gar nichts zu tun. Dann gibt es die Leute, die sparen Geld. Das bringt heutzutage leider nicht mehr wirklich viel, weil wir wissen alle, dass wir keine wirklichen Zinsen bekommen. Durch Inflation geht das Geld immer weiter runter. Und der nächste Punkt, wenn man sich dann mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, Anlage und so weiter und so fort, kommt man halt darauf, hey, man könnte ja in Fonds investieren, man kann ja vielleicht eine Immobilie mal als Investment kaufen, eine Wohnung, was auch immer. Das heißt, wir haben hier sozusagen Aktien und Immobilien. Hiermit kann man, wie gesagt, auch mit Immobilien, gerade auch wenn man mit viel Fremdkapital arbeitet, natürlich auch sicherlich sehr, sehr, sehr gutes Geld verdienen. Aber es ist immer gut, wenn man schon vorher ein großes Einkommen hat, damit man auch die Bonität auf der einen Seite besitzt. Und auf der anderen Seite natürlich, umso mehr Kapital man hat, desto schneller und desto weiter kommt man, wenn man bei mehr oder weniger Null. Und das ist, wenn du bei 10.000, 20.000 oder 30.000 Euro bist, bis du mehr oder weniger bei Null startet, dann dauert es sehr lange, bis du wirklich ein hohes Einkommen erzielst. Und der nächste Schritt, und das ist eben der Punkt, den viele gar nie mehr gehen, obwohl es meiner Meinung nach der einzige Weg ist, wenn man in einer übersehbaren Zeit, also im verhältnismäßig kurzen Zeitraum wirklich viel Geld verdienen kann, ist, man muss im Grunde genommen Unternehmer werden. Also das Geld, was man hier in andere Unternehmen investiert, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und 10.000 in, keine Ahnung, in Apple investierst zum Beispiel, was machen die mit diesen 10.000? Die stecken einen Teil davon in Forschung, einen Teil davon in Marketing, einen Teil davon kaufen die Produkte ein, verkaufen die für viel mehr Geld, verdienen daran sehr, 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 sehr viel Geld und geben einen kleinen Anteil an dich zurück, beziehungsweise schlägt sich das, wenn die Firma weiter wächst, im Kurswachstum nieder. Als Unternehmer nimmst du das Geld selbst in die Hand, arbeitest selbst damit, hast dementsprechend, zwar startest du zwar bei Null, bei Apple logischerweise bist du schon in einem Billionenunternehmen investiert, aber dafür gehören 100% von dem, was du erwirtschaftest, am Ende des Tages dir. Hier bekommst du vielleicht 0, was weiß ich nicht Prozent, also natürlich einen relativ kleinen Betrag davon. Und ich möchte heute nicht einfach nur sagen, du sollst Unternehmer werden, weil das hast du vielleicht sogar schon mal drüber nachgedacht, das bringt dir nichts, sondern ich möchte dir eigentlich ein vergleichbares Modell zu Aktien und Immobilien vorstellen, was von der Logik her genau gleich funktioniert, aber sicherer ist, schneller funktioniert und mit dem du deutlich mehr Geld verdienen kannst. Was ist das Ganze? Im Grunde genommen ist es sehr, sehr, sehr einfach. Wenn du dich mal umschaust, die meisten Menschen, die wirklich viel Geld haben, also aus der normalen Bevölkerung, also Menschen in deinem Umfeld, haben meistens irgendwas gemacht mit Aktien und Immobilien. Es sind eigentlich meistens die beiden Dinge, vielleicht kommst du aus einer Unternehmerfamilie, dann kennst du auch den einen oder anderen Unternehmer. Warum verdienen Leute, oder warum kann man mit Aktien sehr viel Geld verdienen? Ganz einfach, wenn wir jetzt mal 15 Jahre zurückdenken, sagen wir mal zum Beispiel, du hättest jetzt eine Amazon-Aktie gekauft, die hat damals vielleicht 150 Euro gekostet und jetzt, 15 Jahre später, kostet die Amazon-Aktie 2500 Euro. So, logischerweise, je mehr du davon gekauft hast, desto mehr Gewinn hast du jetzt pro Aktie gemacht, wenn du die jetzt verkaufen würdest. Bedeutet also, du hättest 2350 Euro ungefähr Gewinn pro Aktie gemacht, wenn du jetzt natürlich 200, 300 Aktien gehabt hättest, das wäre auch ein überschaubares Investment gewesen, dann hättest du natürlich eine ordentliche Summe Geld jetzt verdient. Gleiches ist bei einer Immobilie. Eine Immobilie kaufst du beispielsweise, vielleicht hast du vor 15 Jahren eine gekauft, für sagen wir mal 200.000 Euro. So, und jetzt ist diese Immobilie hier 800.000 Euro wert. Jetzt kannst du entweder natürlich hingehen, die verkaufen oder einfach von den Mieteinnahmen, wenn du nicht selbst drin wohnst, kannst du sozusagen immer was rausnehmen, aber ich sage mal, das grundsätzliche Konzept dahinter, wie man hiermit wirklich viel Geld verdient, ist immer, wir kaufen das Ganze günstig ein, dann dauert das alles und dann irgendwann verkauft man es für mehr Geld weiter. Vorausgesetzt natürlich, und das ist wichtig, das darf man nämlich nie unterschätzen, man setzt auf die richtigen Pferde. Ja, denn wenn man natürlich hier jetzt nicht in Amazon investiert hätte, sondern zum Beispiel in Nokia, dann wird das Ganze ein bisschen anders aussehen. Ja, dann wäre das eher in die andere Richtung gegangen. Gleiches kann natürlich theoretisch auch mit einer Immobilie passieren, wobei Immobilien deutlich, ich meine Wohnraum braucht man immer, wenn die Lage eigentlich stimmt, dann kann eine Immobilie eigentlich nur im Wert steigen. Trotzdem, das Konzept hier ist eigentlich logisch, aber das Problem ist, dass zwischen diesen beiden Werten hier 10 Jahre, 20 Jahre, vielleicht sogar 30 Jahre liegen und dass es sich nur auch wieder mit dieser Zeit reproduzieren lässt. Das bedeutet, wenn du jetzt einmal von 150 auf 2500 Euro gekommen bist, dann wird es wieder 30 Jahre dauern, bis du das das nächste Mal schaffst. Also bis es vielleicht von 2500 auf 15.000 kommt. Und das ist ein Problem, wenn du wirklich schnell zu mehr Geld kommen möchtest und nicht erst in 30 oder 40 Jahren. Das Gute ist, dass genau dieses Konzept der größte Wirtschaftszweig eigentlich unseres Landes oder der gesamten Welt ist, nämlich der Handel. Immobilienhandel, Aktienhandel, aber der klassische Handel, den kannst du selbst ausüben und da kannst du sehr viel schneller die Ware sozusagen drehen, als das bei Aktien ist. Beispiel, du kaufst, wir machen einfach was völlig Stupides, eine Kaffeemaschine für 30 Euro ein und diese Kaffeemaschine verkauft sich online für 200 Euro. Das ist übrigens ein realistisches Verhältnis. Ich kaufe eine Kaffeemaschine ein für 30 Euro, verkaufe die für 200 Euro weiter. Der große Unterschied hierbei ist, ich weiß von Anfang an, für wie viel ich das Ganze einkaufe. Malen wir hier mal den Kaffeevollautomaten hin. So, hier läuft jetzt der Kaffee rein. Ich weiß am Anfang, ich kann es für 30 Euro einkaufen, ich kann meine Kosten komplett kalkulieren, aber ich kann mich auch schon im Vorfeld darüber überzeugen, für wie viel Geld wird das denn verkauft am Ende des Tages. Das heißt, ich muss jetzt nicht spekulieren, dass die Kaffeemaschine auf einmal nur noch 15 Euro kostet im Geschäft. Oder wenn ich online einkaufe. Ich kann nicht für 200 Euro verkaufen. Vielleicht gibt es mal eine kleine Schwankung, dass es mal geht auf 180 oder mal auf 220, kann auch sein. Aber grundsätzlich ist das Produkt stabil. Warum? Weil es sehr viel kürzeren Zeitraum ist. Das heißt, hier sind wir vielleicht bei zwei bis drei Monaten. Das heißt, es ist deutlich planbarer. Der Return ist gigantisch groß oder kann gigantisch groß sein, wenn man auf die richtigen Produkte setzt. Aber es ist vor allem planbar und es ist viel, 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 viel schneller. Und das allerbeste ist, wenn ich jetzt aus diesen 30 Euro 200 gemacht habe, dann kann ich die 200 nehmen und kann wieder, und das ist der größte Unterschied, ich kann wieder für 30 Euro Kaffeemaschinen einkaufen. Das kann ich bei der Aktie nicht. Ich kann nicht, wenn ich jetzt die Amazon-Aktie bei 2500 verkauft habe und ich will eine neue kaufen, dann kriege ich die nicht wieder für 150, sondern ich muss 2500 dafür bezahlen. Das macht das Ganze nicht wirklich reproduzierbar. Handel ist reproduzierbar. Und dieses System kannst du mittlerweile unglaublich einfach online umsetzen, ohne dass du jetzt deinen Job kündigen musst, 15 Stunden lang in irgendeinem Geschäft stehen musst oder jetzt erstmal ein 5-Jahre-Studium absolvieren müsstest, sondern im Bereich Online-Handel, das ist das, was ich mache, seit über 4 Jahren, mittlerweile über 5 Gesellschaften gegründet in dem Bereich. Wir haben insgesamt über 25 Mitarbeiter im Unternehmenskomplex und machen genau das den ganzen Tag. Wir kaufen Produkte ein und verkaufen sie später teurer weiter, beispielsweise aus der Türkei, beispielsweise aus China, aber auch hier in Europa, in Deutschland, vermarkten das Ganze und zwar komplett online. Das bedeutet, ich muss nicht in irgendeinem Geschäft stehen, ich brauche nicht irgendwo eine Lagerfläche und so weiter und so fort, sondern das gebe ich alles ab und meine Produkte sind 24,7 jeden Tag online. Kunden kaufen das Ganze und ich kann einen Teil dieses Geldes nehmen, kann das hier wieder reinvestieren und den anderen Teil des Geldes, und das ist auch geil, kann ich direkt in meine eigene Tasche stecken, sozusagen auch direkt anfangen, Geld zu verdienen. Das Ganze bei einer Aktie nämlich auch nicht, beziehungsweise wenn, dann sehr, sehr, sehr wenig Geld. Vielleicht, wenn du 2-3% Dividende bekommst. So, wenn du dich dafür interessierst, also was Eigenes aufzubauen, bei dem du sehr viel schneller und auch, wenn man das richtig macht, und es ist wichtig zu verstehen, das ist nicht irgendwie, du musst jetzt ein, zwei Klicks machen und dann kannst du am Tag 500 Kaffeemaschinen für 30 Euro einkaufen, für 200 Euro verkaufen und in einer Woche bist du Millionär. Das ist Schwachsinn. Dazu gehört natürlich auch Know-how, aber es ist verhältnismäßig einfach und schnell zu verstehen und du kannst es, wie gesagt, reproduzieren und das ist das Geniale. Und der größte Unterschied zwischen den Aktien und den Immobilien ist also die Zeit, in der du was verdienen kannst, die Summe, die du verdienen kannst, aber auf der anderen Seite natürlich, dass du in ein Unternehmen, auch wenn es Handel ist, Arbeit reininvestieren musst und Zeit investieren musst, aber nebenberuflich ist das kein Problem. Deswegen, wenn du dich dafür interessierst, schau gerne mal auf unserer Seite vorbei, e-commerce.de oder wenn du dich aktiv dafür interessierst, vor allem auch über Amazon zu verkaufen, kannst du auch gerne mal auf www.fba.de vorbeischauen und dann kann ich dir mal zeigen, wie dieses System funktioniert und wie du genau mit Handel, mit Online-Handel im E-Commerce wirklich Geld verdienen kannst. Also, mein Name ist Niklas Spelmeier, ich hoffe, das Ganze war verständlich und ist rübergekommen, aber es gibt 2021, 2022 und folgenden Jahre, es war schon immer so auf der Welt, es gibt keinen schnelleren Weg, wirklich viel zu verdienen, als wenn man sein Geld aufhört, anderen zu geben und anfängt, es sozusagen in sich selbst beziehungsweise in seine eigenen Projekte, in seine eigene Selbstständigkeit, Unternehmertum zu investieren und damit zu arbeiten. Also, in dem Sinne, weiterhin viel Erfolg und ciao!